Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video und wie ihr jetzt sehr wahrscheinlich schon im Titel gesehen habt, redet es sich um ein Haustier, was wir jetzt besitzen oder ich besitze und ich möchte ihn euch auf jeden Fall zum allerersten mal so zeigen, natürlich ist das schon recht privat, was ich euch jetzt zeige, es ist halt ein Hund, aber trotzdem finde ich es eigentlich schon ganz cool euch das zu zeigen, weil ihr werdet halt stören, ihr werdet ihn irgendwann mal sowieso sehen warum nicht jetzt einfach schon im Video, wir haben jetzt gerade glaube ich 9 Uhr, gut, ob das jetzt früh ist oder nicht, darüber kann man diskutieren, Leute, aber jetzt zeige ich euch den, wir spielen ein bisschen was mit dem, wird auf jeden Fall mega cool Paco, komm mal her, sein Name ist Paco, nur zur Info, was ist das? Ja, ja, komm mal her du, komm mal her du, nein, hey, hey, komm, komm Nichts Pan cola gut, ach, ihr werdet raus auf jeden Fall schon mal wieder schauen, Isaiah 1,1, 2i, 2i, 3i, 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 4,5,3i, 4i, 5i, 5i, 4i-3i, 4i, 4i, 5i, 7i, 7i, 6i, 7i, 7i, 8i, 3i, 8i, 13i, 8i, 9i, 7i, 7i, 8i, 8i, 11i, 7i, 9i, 8i, 8i, 9i, 9i, 8i, 9i, 9i, 10i, 7i, 8i, 9i, 12i, 12i, 9i, 12i, 9i, 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 7i, 9i, 10i, 8i, 7i, 9i, 10i, 9i, 11i, 10i, 11i, 8i, 7i, 9i Paco, okay, komm mal hier, komm hier, jetzt komm mal hier, Paco, Paco, was ist das, ja, er findet die Kamera so übelst interessant gerade, yo, Digga, hör mal auf, Alter, so, komm, ich hab hier ein Leckerli für dich, Paco, sitz, sitz, Paco, hab ich dir das gesagt, dass du das darfst? Wir wissen, was du da gehst, ne, ja, nein, Paco, hör auf zu springen, okay, komm, komm, ja, so süß, du kleiner Racker, du, und jetzt weg, ja, ich hab ein besseres Spielzeug, das mag ich so gerne, Was hast du gesehen, Paco, wie er echt die ganze Zeit guckt, oh shit, jetzt kommt er auf, fuck, scheiße, 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 fein, das ist schon richtig schnell, der ist jetzt drei Monate alt, bist du, Angriff, Oh, komm hier, du, fein, jetzt kommt er weg, jetzt läuft er weg, jetzt läuft er weg, Paco, komm hier, Paco, komm hier, Was ist deine Mission? Was ist deine Mission? Was ist deine Mission? Halt! Wie agiert er da auf? Moin! Das ist seine Beutel. Digga, komm her! Hihi, komm! Du Kleiner! Komm her! Komm her! Er rennt einfach rein. Hey, Paco! Ich glaube, er hat Angst vor der Kamera. Scheiße. Ja, Moin, das muss man wieder komplett. Aber er ist cute, ja? Dagegen kann man nicht sagen. Ist schon ein cutie boy. Scheiße! Holy shit! Paco, sitz! Und jetzt geht's los! Let's go! Ja! Ja! Jetzt sei rein, weiß ich. Da wär er auch, ne? So, ich hab jetzt noch einen Leckerli. Leckerli für den. Ich hab ein Spiel. Spiele ich sehr gerne mit dem. Paco! Komm mal her! Ja, da kommt er angerannt. Paco, sitz! Bleib! Bleib! So! So! Jetzt hab ich diese drei hier. Ein, zwei Stöcke ich hier. Oh, sorry! Dann noch eins hier. Da ist nichts drin. Und hier rein tue ich ein Leckerli. So! Da ist er! So! So! Bleib! Und los! Los! Da ist es nicht drin. Kommis hast dir! Na, da! Was ist da? Nee! Fast! 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 Ja, und! Bam! Da hat er es! Da hat er es! Let's go! So! Ja, mach mal auf da! Und? Er hat es! Fein, du! So, und jetzt rennt er wieder weg. Jetzt rennst du wieder weg. Und jetzt rennt er und mach's wieder spielerisch. Swag, Leute! Peace! Guck mal, er ist so nügerig. Was ist das? Weißt du das, was er in der Hand hat? Was ist das? Ich weiß es auch nicht, Leute. Er weiß es einfach nicht. Wie geht's dir? Und er rennt weg. Ist dir auch egal, ne? Die Kamera ist natürlich neu für den. Aber er ist so cute. Ne, Parkour? Was willst du meinen Zuschauern sagen? Was willst du meinen Zuschauern sagen? Ich lass dich in Ruhe. Ich will dich ja nicht ausnutzen für irgendetwas. Oh, shit! Oh, shit! Er hat wieder seine Beute! Er hat wieder seine Beute! Oh, hier durch! Komm hier durch! Oh! Das ist seine Beute! Oh! Verdammt! Und er rennt wieder rein. Hier haben wir auch etwas für ihn aufgebaut. Wenn hier was da drin ist, ist schon richtig cool. Swag! Leute, aber das war's von diesem Video. Hoffentlich konnte ich euch einfach mal mein Haustier zeigen. Das ist ein Hund. Wer hätte es gedacht? Ich finde ihn auf jeden Fall mega süß. Kann man mal machen, ne? Habt ihr Haustiere? Schreibt das mal in den Kommentaren. Und ich würde mal sagen... Paco? Komm her, Ruhe! Hey! Du, Kek! Ich bin so schnauzer. Ich brauch das. Das war's. Das war's. Alles? H File Tic. Du, Kek! Bis zum nächsten Mal! Wie säker. Ich bin so großartig. Vielen Dank.